Und dann geht es auch schon weiter mit unserem nächsten Thema, das sind die vier Dimensionen vom Service Management und wir können uns das anhand von der Abkürzung WUPI merken. Die vier Dimensionen sind Wertströme und Prozesse, Organisation und Menschen, Partner und Lieferanten und Information und Technologie. Was an der Stelle wichtig ist, dass die vier Dimensionen vom Service Management, die sind die Grundlage für alles. Das sind vier Faktoren, vier Dimensionen eben, die wir immer berücksichtigen müssen, egal was wir machen. Wenn ein Projekt läuft, wenn wir irgendwas Neues einführen wollen, wenn wir irgendwelche Prozesse ändern, wenn wir ein neues Team aufbauen, wenn wir mit einer anderen Firma fusionieren, ist eigentlich egal, was wir machen. Wir müssen diese vier Dimensionen immer beachten und an der Stelle ist wichtig anzumerken, dass es eben die vier Sachen sind, die wir als Dienstleistungsorganisationen tatsächlich beeinflussen können. Zum Beispiel, wie wir unsere Organisationen aufbauen und was wir für Menschen anstellen, was diese für Skills haben müssen und was wir für eine organisationelle Kultur leben. Was wir für Informationen bereitstellen und benötigen, was wir für Technologien verwenden, um unsere Dienstleistung bereitzustellen. Welche Partner und Lieferanten wir anheuern und anstellen, damit wir sie uns helfen bei der Dienstleistungserbringung. Und auch, wie wir unsere Prozesse aufbauen und was für Wertströme wir eigentlich haben wollen. Wir können das alles beeinflussen. Und dann gibt es eben auch noch die externen Faktoren, aus dem Englischen heißen die Pestel, damit kann man sich das relativ einfach merken. Das sind die politischen Faktoren, die wirtschaftlichen, soziale Faktoren, technologische, rechtliche und Umweltfaktoren. Die müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen, weil wir eigentlich gar keine andere Wahl haben. Das sind externe Faktoren, die einfach Einfluss auf unsere Organisation und Dienstleistungserbringung haben können. Ein gutes Beispiel für einen politischen Faktor ist zum Beispiel, als damals Donald Trump amerikanischer Präsident geworden ist und 30% Extrasteuer auf den Handel mit chinesischen Firmen gelegt hat. Ein Beispiel für einen Umweltfaktor wäre, dass wir immer mehr in diese grüne Richtung gehen, dass wir nachhaltig sein müssen als Firma. Wir müssen uns natürlich Gedanken machen, weil es immer mehr Leute gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das kann zu einem negativen Wettbewerbsnachteil führen, wenn wir diesen Umweltfaktor nicht berücksichtigen. Es kann sein, dass uns Kunden abspringen, weil sie sagen, dass wir nur nachhaltige Dienstleister haben wollen. Und natürlich abhängig von unserer Branche kann es zum Beispiel auch ganz starke rechtliche Faktoren haben. Wenn man zum Beispiel in einer Versicherung arbeitet, kann es sein, dass es starke staatliche Regulationen gibt, die man einhalten muss, wo man einfach nicht drumherum kommt. Und diese externen Faktoren, die haben eben starken Einfluss auf das, wie wir unsere Dienstleistung erbringen. Besonders wenn wir in der IT-Branche sind und über IT-Dienstleistung reden, dann ist natürlich auch der technologische Faktor extrem stark. Weil sich halt Technologie auch immer so schnell weiterentwickelt. Und dabei können wir zum Beispiel an den Aufstieg von der künstlichen Intelligenz denken jetzt. Wenn wir an Chichi PT angucken oder an Co-Pilot, von ein paar Jahren haben die noch nicht existiert oder jedenfalls nicht so offensichtlich auf dem Markt. Und jetzt auf einmal sind die da und wir müssen gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und ein Haufen Firmen stellt das für eine riesige Herausforderung aktuell. Und das ist natürlich noch ein Haufen Firmen. Und das ist natürlich ein Haufen Firmen. Vielen Dank.